gut ja auch bei der dritte Koppel oder Runde Betrachtel und mit mir zusammen ist wieder bei den Kloppen und zwar Daniel P Leckmann L.P ja und diesmal mit meinem Namen doch mal endlich und zwar aus dem Lied aber sehr lustig und aber glaubt der die haben uns wollten sie einspielen gab doch mal so eine hier diese der Olli Dittrich die hießen doch die Gruppe ist doch die Bekloppten das ist doch die Bekloppten drei Naja ich weiß Bekloppt irgendwie so hießen die das ist auch nicht wie oder so was soll man machen das schweckt ja nicht drinnen der Leute so ich hab jetzt hier echt voll den krassen Hammer voll krass ne der ist eigentlich nicht krass aber egal kann ich haupt so Hammer ja haupt so Hammer guck mal hier Cargas oh yes ihr hättet schon gesehen habt ihr hier an der hier der Biermarke Cargas ja ihr guckt ja hier aber nicht nach er hat ihr habt das sei ja stimmt Kennedy die und das ist die Bekloppte Kino Karklas der Gedächtigung Körglauchte Körglauchte wo er ins Bett die Lektor wird der Wektor wird der ist zählt weiß nicht wo wir immer der Nase nach warum die Erste von Wüste das gibt es doch nicht ist jetzt eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen kann man es sein da frage ich einfach mal den jeder mich jetzt anpackt oder kommt wieder so eine Lohrgermeister schreit das heißt die Band an der ich bin eine Schreierin bis hier hinten geht nicht weil ich mein Kopf also diese Schreier die Schreier sind schon echt mehr ich muss sagen mein Kopf mein Kopf explodieren wie sterb ich nicht nein ich bin nun gestorben ach der Blick ich sterbe nicht oh mein Gott ich wollte doch endlich mal sterben oh ne ich vergete das vielleicht das nicht ich bin ja irgendwie hängen geblieben keiner schreit du bist verdammt und ewig dort zu tun als hat die mich totgeschrieben wobei der Schrei selber macht glaube ich keinen Schaden oder doch die hat mich gerade die hat mich gerade halt dein Maul jetzt guck mal die hat einen offenen hier der Schädel ne ja ich seh kannst du mit dem Löffel reinlegen ja mhm lecker oh jetzt ist er aber endlich ich die aus dem Korbotschälchen schlürfen also die sind echt ein bisschen creepy da muss ich gleich mal in Doktor Kesslers Fallbuch gucken oh jubel Franky die Geißel O'Hara ich könnte ja nicht mehr blinzeln was wohl mit der passiert ist ich gucke hier grad Schreier schneller und gefährlicher Gegner der immer in einer Gruppe mit anderen der Wieser Blablabla Schwachpunkt er hat einen gebrechlichen Körper und kann in die Ecke gedrängt leicht getötet werden wenn er dich nicht zu Todes schreit dann geht dann vielleicht schreit noch immer ich schätze mal das ist unser Ziel so ich würde sagen halten wir euch mal an das was äh was dort drin steht im Fallbuch nicht wahr in der Ecke drängen in der Ecke drängen auf den Mütze hauen Bank of Händersen all talk for the mark und wo der Händler schnell reparieren und auch in der Nähe sind ein paar Schilder wo wir lang müssen wer redet ihr von reparieren reparieren da drüben hier zurück wie 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 da in dieser Zwieversen da ist entweder wo denn da ich hab's markiert er hat uns markiert hat er einen Schlag bekommen irgendwie nicht komisch Matsch wo's Blacky ach da hinten da war wohl ich musste man meine Arzt wieder ein bisschen reparieren wuhu hier ist wieder so ein Verschreiheitser so ein Café wie sieht die denn aus Let's go this way wie wie Kaffee gibt's Kaffee ja die sieht wirklich lustig aus im Cowboyhut das ist hier so imbissbuchen ne die muss die euch infiziertes Haus was ist denn eigentlich mit dem Fleisch das heißt das ganze eine andere zum liebten schmeißen schmeißen aber auch wenn es dann gibt infizierte Haus aber wo kann ich das dann auswählen das Fleisch gibt es sogar ich höre ich höre hier dein Rap du hast mein Rap naja jetzt höre ich den auch yeah aber wo kann ich wo kann ich schneller aus was da drinnen vor die Partys oh ja wo seid ihr wo seid ihr wo seid ihr erst mal direkt hin oh erstmal brutzeln hier brutzeln Bratzel und er brennt uns da gibt's Bratmaxe da müssen wir hin ah weg hier ja 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 hinter mir boah die gehen aber ab die Flüche so die kann ich aber nicht mit allen anlegen also Fleisch werfen ist sicherlich nur dann eine Taste oder was oder wie mache ich das halt ich hab das noch nie probiert Fleisch hier also zu bauen ja einfach äh ja 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 der das ja ja aber wo will ich das denn aus das ich musste Fahderapfel fragen der hat aber das Zeug mal rumgeschmissen ich weiß ich hab das beim Händler auf Gott lauf weg nein oh nein ich halte ich falschen darum wer gleich bewusst ist meine fleißes bei mir nur bei modifizierbarer soll er wieder sehr komisch ich habe auch keine munition ich weiß nicht immer schon ich habe das irgendwie gekauft und dann konnte ich das werfen wie eine granate konnte ich das werfen der der shotgun hat die so wie der hat eine shotgun nicht die hat eine shotgun weiß ich ja das wer schreit um hilfe der auto ist eine eine rolle da oben auf dem balkon aber du musst jetzt wahrscheinlich aus dem inventar erstmal auswählen oder was gegner von aus ja ja aber das ist ja bei mir ja nicht mal angezeigt komisch also außer beim modifizierbar da ist fleisch drin bei mir war das unter waffen schock schrotflinte glaubt der der fallab ist die geringe eindeutig der tschete doch an als schon sagt aber er hat durch die mannsprechen die wüssten auch wenn die ansprechen die besagten da und ich schreibe aber ein bisschen groß rum und doch ja alles wieder an mit stürmen lieben ist so das soll jetzt auch gehen das denn die e-fahre wir sind auch auch hier ich hab's gefunden du hast der Leiter die immer nicht findet und immer wieder nicht jetzt also versteckte Scheiße so wachbar liebsten auch bei uns so offensichtlich schiefen ja der Kettbewerb im Baubau Schockschrott sind ja endlich wir sollen zu Sam Bies versteckt ich habe Probeweiter mal nachgeguckt und eine Schock Schrotflintenbauplan gefunden der Lüste also die jetzt Sam Bies versteckt rein in Wohemers was in mein Versteck da ich euch doch nicht wo dann ist ist ja sonst wird ja kein Versteck mehr aber ist eine Postkarte Leute hier ist eine Postkarte wieso hat Sam Bies hier ein Versteck ja wo ist denn das Versteck da hab ich markiert aber da ist ein Riesenmonster drin das ist wahrscheinlich seine Kneipe hier und das ist meine alte die da jetzt drin ist Prozent das Geräusch ist gut die Veränderung soll sich noch die Tür zu was die Tür zu lassen bloß die Tür zu die Solle dieser Fall der Alarm der Alarm jetzt ganz hoch aber das stimmt das ist wohl wahr das ist die Tür zu scheiß Vorsicht ähm ich ach guck mal wie die da draußen rumhüppen das ist ja lustig mal ganz gucke hier heftig hey hast du grad mein Lied ausgemacht? ja lüge ich alter Sam Bies wird sauer Sam Bies Gerät in Wut das ist und da sind sie scheibe Scheiße Schubert Boah Massaker Jibbi das ist auch im Wutmodus gerade gewesen ja da lohnt sich das so was mal richtig einzusitzen ja richtig geil ich habe mich gerade nachschauen richtig geil Okrad Raserei Guck mal da hast du schon wieder Fleisch das weißt ich aber wir sind noch nicht fertig wir müssen irgendwas machen da wo das Fähnchen ist ne oder was Fähnchen ist warte mal oder ist das eine Anrequest wir haben alle die Anrequests ausgewählt äh töten können nicht tanzen äh Tote können nicht tanzen meinst du jetzt ach so die äh hab ich jetzt gerade auch mal ausgewählt durch die Sturmzufuhr auf der Rückseite des Cafés das ist auch für den Scheiß ist so gut wie hat das so beschädigt mein Versteck ich habe doch gerade gesagt ach so hässlich ist doch uncool boah so eine Schweinerei wo kam die denn jetzt gleich noch her da kommt noch mehr da kommt noch mehr so ich brauche stellen Ausdauer halt dran so was wie läuft es da unten sagt sie zu mir also sie sagt hinter dem Kaffee ach so also hier hin also nichts sagt sie nicht das stand da ja aber hier sind ja boah hier sind so viele Unmengen alles schlimmer so eine Luftschläge weiter ja 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 das ist ja kotig Wer war denn das gerade? Die Bombe schmissen. Aua! Ich liegt hier mitten in den Beton. Was geht doch nicht. Aber die Türen steht doch nicht. Ey, wo kommen die denn her? Boah, was das für die Irre. Da kommen noch mehr. Nö! Oh, ich bin tot. Ich geh zu Blackie. So, ich renn mal wieder zu euch. Besser nicht. Ne, stimmt. So ein Spindler, Schmiedersauer. Sind wir doch hier hinterm Koffer. Ah! Nein. Nein, nein, nein. Junger Mann. Junger Mann. Schmiedersauer. So Fleisch. Ah, ich hab's. Du Lappen. Du bist wieder. Schon wieder Lappen gefunden. Bist du denn da hingekommen? Ich bin einfach durch die Tore hier gegangen. Schaft. Du Türgänger. Geh zurück zu Eva. D. 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 ihr verlobt bestimmte Prozent 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 das glaube ich nicht doch hat die hat gesagt mit meinem Boss das Sohn von Kronen hat er gegründet hatte die Euro der Fahrer für Hälfte wir die Granate im Po folge von Löffel kannst meine auch gleich wieder haben Tote können nicht tanzen der Ernst Nenst 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 der die aber nichts angefangen muss ich sagen aber auch so so machen die ist nicht der beste die absolut nicht Götter Lecki wo muss mir jetzt lang ich musste mal gucken ob ich überhaupt noch die Quest habe die Schnee das ist der Ort wieder ich komme auf die Karte überhaupt auch auf das sind die Teile auf der falschen Seite müssen wir zurück Verbraucher ist muss so die richtige Missionen annehmen also aufgehend ihr lauft falsch muss ich heute nur besagt bringen was ist hier los was ist denn los ich weiß es noch gar nicht ich überprüfe es gerade Zombie ist hier los Besoffener Boah was ist das denn Zerdrück Wo bist du denn Boah ich hab mich irgendwie verlaufen ich weiß noch nicht zu uns von die Sprung Naja Auro wo kommt der denn her und jetzt liegt hier ist die Klinik ja da muss man rein oder was Osterfrau komm ich denn zu euch doch jetzt aber an den Vortzum ist vorbei du bist richtig gelaufen du bist so richtig echt hier drüber müssen wir hin die Gerichte die Klinik Nr Oli es wieder was zum Blut 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 also bin ich echt hier richtig ich hab ja das auch nicht hier ist ein Bauplan eine Detox Pistole was ist das denn sie hat mich umgebracht hier oder du wer wo bist du Köln und da ich konnte nicht mehr zu spät zum Glück ist er wieder auf der das sehr an die die den Nagelpenis Elektronagelpenis bitte so viel Zeit muss aber was hier oben ist und wo ist denn jetzt überhaupt diese infiziertes Depot dort infiziert ist der Pott der Pro der Pro ist frohlich bei der Sichtung hier der Detox Pistole er hat meins oder was gefährlicher Revolver ich will jetzt erstmal zu sind verdammte Scheiße da oben müssen wir dann nennen dann hat Knoten hier so ist doch schon wieder in der Hälfte es bin ich sicherlich auch so gehe er dann ist klar da haben wir das ja geklärt in der Fall das ist mein Pistole wie ausgerüstet in jetzt ist es die die sind die Klinischen für immer bloß nach Hause damit wird die Treue ich komme nicht weg ich komme wieder fest die Weg so was will ich schon in der Hase das ist ein Roses Mo zu mir leider da bin ich um was sie konnte gerade auf den Hintern so wird da dies gab ein Bild wie die Götter musste man ja eigentlich noch ein wenig du kommst dich runter und weiß weil ich unter dir gerade stehe aus so gut dachte wollte doch klettern nicht wollte gerade unterhalten nach nie aber nicht wieder mal reizend aus also ich kann noch keine um die er gebetet Kiener Schroppelte Dings giftiger Revolver so hat musste erst mal rauf haben was sei ein so Mönö was ist für mich das ist schon gut hinter dir hinter mir ist da stehst du weg da ja ja hier oder zu dringend 20 Granaten Lecky läuft durch Feuer Prozent der Begründung oder kommt noch einer Lüttel das so ich war schon aus war schon mal auf es wird sich die Beide geschlagen mit dem Prozent und die Hörer des Schraubens Joachim Schnee Wattenschläge die Lasse die Lager schnitt oder dann schneiden wir mal wo ein Tend ins Fleisch Schmied immer daher nicht so tief ich so tief rein ins da in der Hütte so wir sagen es morgen soll ich mal schießen ja okay war das geht ja nicht warte ich schieße ich wollte es in die Luft und du schießt war das aber schwer ja probier nein möchtest du noch mal probieren wir müssen ja im Schnitt jetzt reinbauen ja reinbauen Moment lass es noch knauen das lasst noch probieren ja Schwerfdaten auch über das Ding rüber ach noch mal war aber knapp warte ja na dann ist er leider nicht rüber gekommen gleich wir sind gleich soweit ja ja noch ein bisschen mehr wo es war wirklich es war wirklich gerade auch werf noch mal ach so du hast schon geworfen ja jetzt jetzt aber auch gibt immer ein bisschen Mühe bis hier jetzt Spinat mal ein bisschen hier hat es auch zu uns in den Ort was soll auch drauf würde es ja nichts passiert ja ich habe nur die Explosion gesehen das ist drauf aber okay dann sagen wir mal machen wir einen Schnitt und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal tschüss tschüss Vielen Dank.